Heute wird es wieder extrem warm, aber das Problem an der Hitze, die Hitze ist nicht trocken. Die Luft, die ist feucht und schwül, es ist richtig dampfig und dadurch fühlt es sich viel, viel wärmer an. Das sind unsere gemessenen Höchstwerte. Wir bekommen 23 bis 32, zwischen Hamburg und Berlin sogar bis zu 33 Grad. Und durch die Feuchtigkeit in der Luft sind hier gefühlte Werte von bis zu 40 Grad möglich. Also lassen Sie es besonders in dieser Ecke ruhig angehen. Ja, und auch die Straßen leiden unter der Hitze auf der A1. Da gab es zum Beispiel schon die sogenannten Blow-Ups und rechnen Sie auch heute mit Behinderungen auf den Straßen. Und besonders die Motorradfahrer sollen da bitte ganz, ganz vorsichtig fahren. Ein bisschen Abkühlung bringen da nur die Gewitter. Und die gibt es heute vor allem in diesem Streifen vom Emsland bis rüber in den Osten Bayerns, beziehungsweise bis runter an die Alpen. Die Schauer und Gewitter, die verlagern sich im Tagesverlauf, aber auch noch weiter in den Nordosten. Da schaffen Sie es auch mal über die Elbe, da wo es so extrem trocken ist. Und eventuell wird am Nachmittag auch sogar Berlin von den Schauern getroffen. Aber jetzt am Vormittag, da schauert es nur in diesen dünnen Streifen und eventuell auch noch an den Alpen. Sonnt scheint noch die Sonne. Nachmittags breiten sich eben die Schauer und Gewitter noch ein bisschen weiter in den Nordosten aus. Ganz im Nordosten, da bleibt es aber trocken und sonnig. Und auch vom Rheinland bis nach Schwaben, da geht es wohl trocken durch den heutigen Tag. Und es gibt auch hier sehr viel Sonnenschein. Am Abend werden die Schauer und Gewitter langsam etwas weniger hier und dort kann es aber noch ganz schön zur Sache gehen. Und das wieder hauptsächlich in diesem Streifen vom Emsland bis nach Sachsen und auch im Süden. Sonst verläuft der Abend trocken. Da scheint noch häufig die Sonne. Und es bleibt lange, lange warm. Besonders in den Innenstädten. Da geht es nur ganz, ganz langsam unter die 30 Grad Marke. Zum Beispiel in Berlin, da haben wir abends um 8 immer noch Werte von um die 28, 29 Grad. Also da kann man abends auch nur sehr, sehr schlecht einschlafen. Also machen Sie jetzt die Fenster zu, damit die Hitze nicht ins Haus kommt.